Ach, das hier ist ein Brigantenlager mal wieder. Ah, aber hier könnten wir Jäger, Briganten und Vagabundmagier anheuern. Also könnten wir hier theoretisch auch Feuerbeischriftrolle und eine Wissensschriftrolle. Oh, sehr schön. Dann gehen wir doch mal hier in die Nähe. Mal gucken, welche Truppen kann man im Brigantenlager nachrüsten. Scheinbar nicht die Orks. Oh, gut. 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 Okay, schade. Gut. Ich kann aber noch mit dem Anführer reden. Ich brauche deiner Hilfe. Einige meiner Männer fanden in die Elvenstadt und haben sie geschehen. Warum suchen Sie sie nicht? Wir haben das Gebiet vergebensdurchkämpft. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Ich werde nach euren Freunden suchen. Okay. Gut. Findet die Brigantenarmee... Eine... Eine... Einige Briganten sind zur Elfensiedlung aufgebrochen und dann verschwunden. Mhm. Gut. Gut. Also ja, ich versuche mit unseren Einheiten klar zu kommen. Vielleicht... Werde ich irgendwann die... Wie viel Stadtgold habt ihr eigentlich gehabt? Ja, wir hätten was verkaufen können, aber wir verkaufen dann an die Elfen. Das ist eine normale Mini-Bärenhöhle. Okay. Wobei, wir wollten... Was ist das? Zauberspruch für den rechten Götzen. Äh, klingt interessant. Ein Stück Parlament, dass der Zwergenpriester Borak Dan hinterlassen hat. Der Zauberer darauf erweckt den rechten Götzen. Gehen wir das mal hin. Bei ihm. Wir haben immer noch diesen Stein. Gehen wir mal Geld machen. Also ich werde nicht alles verkaufen hier bei denen. Oh, da oben ist übrigens eine Elfenstadt jetzt eingezeichnet. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich erstmal hier hoch zur Elfenstadt. Also hier rum, so rum zur Elfenstadt und gucke mal, was da ist. Dann gucke ich mich hier in dem Abschnitt um, weil das scheint abgeschlossen zu sein. Und dann gehe ich hier runter und gucke mich hier überall um. Erstmal möchte ich das hier loswerden. Dann hätte ich gerne... Ach ja, das hier möchte ich auch erstmal loswerden. Dann hätte ich gerne eine Wissensschriftrolle. Ganz ehrlich, die Prügel, da möchte ich auch loswerden. Die Waffen behalten wir erstmal. Was Sorogan an Holztrick können wir auch verkaufen. Wir können uns den Ring dann auch kaufen. Das ist immer praktisch. Wenn alle mit Ring ausgestattet sind, dann... ...verkaufen wir mal alle Nahrung bis auf vier Stacks. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Holz, ein bisschen Nahrung. Und ansonsten sind wir gerüstet. Du, benutze die. Quicksale machen. Gut. Und ja, dann können wir weiter marschieren. Hm, hier wäre zum Beispiel der Energieknoten. Da kann ich meinen Geister mal platzieren. Das da drüben sieht auch sehr interessant aus. Aber ja, mein nächstes Ziel ist es erstmal, die Elfenstadt zu erreichen. Und ja, gucken, was das da ist. So, als nächstes wollte ich Magie noch steigern, eigentlich. Aber ob ich dazu komme, ist fraglich. Wir sind almost da. Das ist ja, wir brauchen viel Energie von den Nodes. Wie werden wir es collectieren? Das ist wo Arkan-Torra's Sphäre kommt in. Es ist ein Artefakt für collecting und storing Energie. Es ist supposed zu sein, in diesem Valle. Aber das Valle ist vast. Wo genau ist das Artefakt? Ich fühle mich ein Magik Flux kommen aus dem Norden. Das ist wo Arkan-Torra's Sphäre muss sein. Okay, immer mehr, was wir tun müssen. Wir sind almost da. Aber ja, erstmal kann ich hier. Das ist alles. Du bist ein tot Mann. Na, wir wissen nicht. Schau! Äh... Okay. Heilung. 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 So, kann ich jetzt hier einen Geist beschwören? Wir sind almost da. Ja. Kill whom? Gut. Ja, Energiequelle ist hier. Begandenlager ist hier. Energiealtar. Mhm. Ja, da drüben beim Energiealtar müssen wir das Schwert opfern. Ich habe aber jetzt leider keins gekriegt, wenn ich richtig gesehen habe. Nö. Well, we don't know. Well, we don't know. Good. We're almost there. That's all. You're a dead man. Wölfe, Wölfe, Wölfe sind mittlerweile harmlos geworden für uns eigentlich. That's all. You're a dead man. Well, we don't know. Can't go on without us. You won't get past us. That's all. You're a dead man. Okay, dass die das immer so arg auf Sorokan abgesehen haben. Gut, Sorokan. Macht halt auch viel Schaden. Mit klarer Götze und Nahrung. So, ich will erst mal gucken, was das hier drüben ist. Sind das die Götzen? Can't go on without us. Well, we don't know. Can't go on without us. Uh-huh. Who, if not us? Stand to death. Go where? Good. We're almost there. Well, we don't know. Was kriegen wir aus dem Ding? Noch mehr Ressourcen? I'm going. I thought so. Good. Das Boroklager ist jetzt komplett versunken. Also, ja, da lang geht's zum... Da ist noch eine Energiequelle. Mhm. Hier oben ist ein Geysir. Keine Ahnung, was das ist. Okay, mit einem Portal verbunden. Gut. Aha. Well, we don't know. Oh. Geisteraue. Good. Well, we don't know. Well, we don't know. We're almost there. If I'm not mistaken, this is the port leading to the chaos altar. Ich will mich nicht hier und für dieses Portal zum Chaos, Alter. It's closed. Do you know how to open the port? Wisst ihr, wie man das Portal öffnet? We must place a magic spirit into the circle near this port. Wir müssen einen magischen Geist in den Kreis in der Nähe des Portals platzieren. The spirit's energy will open the port and we'll get to the altar. Die Energie des Geistes wird das Portal öffnen und wir gelangt zum Altar. Mhm. Also, den Kreis meint er da wohl. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Oh man, diese kleinen blöden Feen, die sind echt stark. Wie wär's, wenn ihr die angreift? Uh-huh. Ha! Dankeschön. Uh-huh. Good. Well, we don't know. We're almost there. We're almost there. Hm. Ja, für Gegengifte hab ich nicht genug. Aber ist jetzt eh abgeklungen. Gut. Oh, da oben ist noch irgendwas Phetastisches. Well, we don't know. Gut. Ihr wollt mich veralbern da oben? Yes. Ich dachte so. Go where? Well, we don't know. Uh-huh. Uh-huh. We're almost there. Uh-huh.